Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Johannes Dienst und ich werde euch heute etwas über das ARK 42 Architektur Template erzählen. Viel Spaß! Bevor ich mit dem Vortrag starte, so ein bisschen eine kleine Einordnung, wo ich eigentlich herkomme. Ich arbeite bei der DB Systel GmbH, dem IT-Dienstleister und Digitalpartner der Deutschen Bahn. Wir treiben die Digitalisierung der Deutschen Bahn dadurch, dass wir neue Technologien voranbringen und da gibt es so ziemlich jedes Buzzword, was man sich so vorstellen kann, neben Blockchain, Augmented Reality, als auch KI haben wir alles im Angebot, was es so braucht, um wirklich die Digitalisierung der Deutschen Bahn voranzugreifen. Was mache ich da? Ich bin in einem Team, Team Web Experience nennt sich das, und wir sind eins der ersten DevOps-Piloten, jetzt gibt es schon mehrere DevOps-Teams, der DB Systel und wir machen DevOps, ist hier in den letzten Punkt, you build it, you run it, also wirklich so DevOps, wie man sich das eigentlich vorstellt. Da muss man jetzt ein bisschen ausholen, wo wir da eigentlich herkommen, nämlich wirklich von der Trennung von DevOps und Ops. Also das war bei uns sogar noch räumlich getrennt, also Entwicklung meistens in Frankfurt, Hamburg oder Berlin, hauptsächlich in Frankfurt, und der Betrieb war dann hauptsächlich in Erfurt. Und das ist natürlich eine große Umstellung, jetzt wirklich zu sagen, okay, unsere Teams machen auch wirklich noch hier den Betrieb mit. Und wir machen noch was zusätzlich drauf in unserem Team, wir machen noch Produktentwicklung, und zwar machen wir Content as a Service. Das heißt, wir haben eine Kaufsoftware und bieten über eine API ein Headless Content Management System an und betreiben das. Und ein bisschen obendrauf noch, wir müssen auch natürlich verstehen, wie unsere Kunden funktionieren. Das heißt, wir beraten unsere Kunden, bringen das Ganze in Produktion und betreiben das Ganze dann auch. Also die komplette Bandbreite der Softwareentwicklung, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Und das ist ein ziemlich spannendes Feld. Und wie machen wir das? Wir machen das vor allem in der Cloud. Vielleicht hat es jemand mitgekriegt, wir haben vor, glaube ich, zwei Jahren unser Rechenzentrum verkauft. Inzwischen ist es auch leergeräumt. Das ist ein großer Meilenstein gewesen. Und wir hosten unser System in der Cloud. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, ein spannendes Umfeld. Und ich habe so ein bisschen die Rolle in unserem Team. Ich kümmere mich wahnsinnig gern um Dokumentation. Und genau daraus ist dieser Talk entstanden, denn wir verwenden das ARC42 Template. Und wie schon leicht angedeutet, gibt es bei uns noch ein bisschen Schmankerl. Wir machen nicht noch DevOps in einer klassischen Organisation, sondern wir machen auch noch Produktentwicklung und kein Projektgeschäft. Das heißt, unsere Kunden kommen zu uns dadurch, dass wir Werbung machen. Das heißt, wir müssen ein cooles Produkt haben und die Kunden müssen dann auch bei uns bleiben. Und Produktentwicklung, das möchte ich so ein bisschen iterieren drüber. Was ist denn Produktentwicklung eigentlich für uns genau? Also das Erste, was wir festgestellt haben für uns als Team, ist, okay, Produktentwicklung hat kurze Iterationszyklen. Also wirklich zu sagen, okay, wir bringen was raus und gucken, ob das funktioniert. Also viele kleine Features mal schnell raushauen, um zu gucken, was passiert. Das ist so das, was wir machen. Das heißt, wir haben auch einen wöchentlichen Zyklus, keinen zwei Wochen Zyklus, um da wirklich schnell was in Produktion zu bringen. Ja, durch diese kurzen Iterationszyklen ist es natürlich auch so, wir müssen das, was wir tun, müssen wir irgendwie, müssen wir auch Fehler machen, in falsche Richtungen laufen. Das passiert uns ganz oft. Das ist uns aufgefallen, wir machen viele Sachen irgendwie falsch, merken dann, okay, das funktioniert einfach so gar nicht, nehmen das dann wieder zurück und machen es anders. Also das ist auch ein Teil von Produktentwicklung. Viele kennen das unter AB-Testing zum Beispiel. Dann haben wir noch Kostendruck. Ja, wir sind praktisch so ein kleines Startup innerhalb der DB Systel. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, das ist nicht wirklich ein Startup, aber es ist wirklich so, wir müssen gucken, dass wir Kunden ranbringen und wirklich Geld verdienen. Sonst ist es natürlich eine Fehlinvestition und dann gibt es unser Team vielleicht bald nicht mehr. Das heißt, wir haben auch diesen Kostendruck, also wir haben immer diese Spannung zwischen, okay, wir wollen eigentlich ein cooles Produkt machen, aber wir müssen auch gucken, dass wir damit Geld verdienen. Das ist auch so ein Spannungsfeld. Dann haben wir einen hohen Aufwand in der Kommunikation, sowohl mit den Kunden als auch mit unserem Product Owner, als auch innerhalb des Teams. Wir machen wirklich DevOps, wir haben hier keine spezialisierten Rollen, sondern jeder muss eigentlich alles können. In dem Sinne, dass man sagt, okay, die Grundbasis gleich, also dieses typische T-Shape-Modell, wo man eben sagt, okay, man hat so eine Säule, man hat die Experten in bestimmten Bereichen, aber alle müssen so diesen Grundbasis können. Also unser Produkt betreiben, das muss einfach wirklich jeder können. Und dann, ganz wichtig, immer die Kundenorientierung. Also auch in die Richtung haben wir viel Kommunikation mit dem Kunden. Wir arbeiten direkt am Kunden, entwickeln wir den Sachen. Also da wir ein Headless Content Management System sind, ist es natürlich auch so, dass wir zum Beispiel Datenmodell entwickeln. Und das am besten direkt mit dem Kunden, dann kriegt man direkt die Fachlichkeit mit. Das sind so die Herausforderungen, die wir eben haben in unserem täglichen Produktentwicklungsgeschäft. So, wie kriege ich jetzt die Brücke, wie kriege ich jetzt die Brücke zu ARC 42? Ja, also wir haben festgestellt, okay, man kann das eine Weile so betreiben, ohne jegliche Dokumentation zu leben. Aber dann ist uns aufgefallen, irgendwie ist schlechte Dokumentation, also vor allem nicht vorhandene oder welche, die veraltet ist, ist die irgendwie teuer. Ja, das möchte ich ein bisschen tiefer drauf eingehen und zwar zu sagen, okay, wir iterieren ja schnell und wir haben diesen Marktdruck. Und was da normalerweise passiert ist, die Dokumentation, die entsteht, die ist meistens nicht komplett vollständig. Und in einem Talk von Kevin Goldsmith wurde auch mal gesagt, da hat ein Mitarbeiter zu ihm gesagt, ja, also Dokumentation ist ja nicht agil. Und dieses Mindset haben wir teilweise in unserem Team auch gehabt, das wird jetzt inzwischen besser und das ist wirklich so, Dokumentation ist einfach eine lästige Sache. Ich habe ein Feature fertig und dann will ich das eigentlich nicht noch dokumentieren. Aber genau das ist so ein Knackpunkt, den man im DevOps-Produktionsmodell auf jeden Fall braucht, weil da das alles so schnelllebig ist und man zwischen vielen verschiedenen Dingen einfach auch springen muss, kriegt man das Problem, dass wenn es nicht richtig dokumentiert ist, dass man eigentlich gar nicht mehr versteht, was da gemacht wurde. Was mich weiterbringt zu vier Punkten, warum ist denn jetzt schlechte Dokumentation wirklich teuer? Und der erste Punkt ist, okay, wir haben jetzt diesen, wir haben einen Kollegen jetzt praktisch verloren aus dem Team, der ist gegangen und wir brauchen einen neuen Kollegen. Und wir haben jetzt das Feedback gekriegt vor einem Kollegen, der letztes Jahr dazugekommen ist, okay, es ist schon ziemlich schwierig, die ganzen Prozesse im Team zu verstehen. Auch die Architektur, die wir da gebaut haben, was steht denn da alles dahinter? Das ist alles schwierig zu verstehen. Okay, es war teilweise unvollständig dokumentiert, zum Beispiel die technische Architekturdokumentation, die war, weil ich da wirklich der Schirmherr drüber bin, die war relativ gut, damit konnte ich es gut zurechtfinden, aber gerade so Team-Prozesse, das war schwierig. Oder wie machen wir eigentlich Code-Reviews und so weiter, das ist ihm schwer gefallen. Das heißt, schlechte Dokumentation ist deswegen teuer, weil ich wirklich einen Kollegen abstellen muss, der dem neuen Kollegen alles beibringen muss. Das kostet einfach Ressourcen. Das ist einfach eine Geld- und eine Zeitfrage. Dann ist es auch gerade im Konzernumfeld, also bei uns, also der Mehrwert von Dokumentation ist jetzt nicht nur, ich dokumentiere, weil ich muss, sondern wir haben auch verschiedene Prozesse einzuhalten. Zum Beispiel die ISO 56.000K, das ist so scherzhaft eine Summe von drei verschiedenen ISO-Normen, Security und dann ISO 20.000 und dann fehlt noch die 19.000. Da ist es wichtig, wirklich bestimmte Dokumente vorzuhalten. Die müssen wir vorzuhalten, weil wir sind eben ISO 56.000 zertifiziert und, naja, wenn wir die Dokumente nicht haben, dann kann das unter Umständen bedeuten, dass wir unsere Zertifizierung als DB-Systeme verlieren. Und das ist natürlich keine gute Sache. Dann der dritte Punkt ist, ich dokumentiere vielleicht auch für andere Teams. Also gerade, wenn ich so sage, wir haben ein Headless-Content-Management-System und ich dokumentiere jetzt nicht nur für mich, wie das funktioniert, das macht natürlich auch Sinn, sondern ich muss andere Teams onboarden. Es ist natürlich verdammt wichtig, dass die irgendwie eine Dokumentation kriegen. Und vielleicht ist auch wichtig, dass die eine technische Architekturdokumentation haben, weil sie dadurch besser unser System verstehen und benutzen können. Und wenn das nicht gegeben ist, dann gerade bei unserem DevOps-Team, wo wir viele Kunden mit Produktentwicklung kriegen, haben wir das Problem, dass wir dann viele Einzelanfragen beantworten müssen. Das überfordert uns. Der Betrieb wird einfach viel zu teuer. So einfach ist das. Und der vierte Punkt, der ist so ein bisschen zum Schmunzeln. Ja, der ist eigentlich für mich. Also ich habe so eine Krankheit, die nennt sich Entwickler-Amnesie. Das heißt, ich vergesse einfach ständig irgendwas. Das heißt, wenn mich einer fragt, was hast du für vier Wochen gemacht? So, ja, wenn ich, ich bin aufgestanden wahrscheinlich und das war's. Mehr wird da nicht kommen wahrscheinlich. Also ich brauche gute Dokumentationen, um mich dann wieder zu erinnern, was denn da eigentlich alles passiert ist, was ich da implementiert habe. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich hier Pulse machen kann im Vortrag. Wahrscheinlich eher nicht. Aber so, die Frage ist immer, wer kennt denn eigentlich ARC 42? Und das kommt darauf an, auf welcher Konferenz ich bin, auf welchem Publikum ich bin. Also jetzt gerade nicht im deutschsprachigen Raum habe ich jetzt festgestellt, da kennt es eigentlich fast keiner. Im deutschsprachigen Raum ist es eigentlich so dieses Standard-Template für technische Architekturdokumentation. Und da kennt so ungefähr die Hälfte. Also die Hälfte kennt ARC 42. Und genau deswegen gehen wir jetzt ein bisschen tiefer in ARC 42 rein, um mal zu gucken, was ist denn dieses Template eigentlich? Und das Erste, was einem auffällt, ja, es ist eigentlich eine Sammlung von Kapiteln. Wenn man da mal links guckt, gibt es elf Kapitel. Und das Schöne an diesen elf Kapiteln ist, man geht ja nicht von oben bis unten runter und füllt die aus, sondern dieses Template ist leichtgewichtig. Das hat Gernot Starke mir gegenüber auch nochmal betont. Er hat gemeint, man muss nicht alles ausfüllen, was da drin steht. Und das ist natürlich für ein DevOps-Team ganz cool. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht brauche, und da kommen wir später noch ein bisschen dazu, was wir festgestellt haben in unserem DevOps-Team, was wir eigentlich nicht brauchen, dann muss ich das gar nicht ausfüllen. Und wir fangen mal oben an und schauen uns mal, was ist denn dieses ARC 42-Template? Und dieses ARC 42-Template fängt ganz unschuldig an mit Introduction and Goals. Und da geht es eben los, was ist denn das? Also was steht denn da drin? Naja, man sollte vielleicht seine Ziele definieren. Was sind die Qualitätsanforderungen? Was sind die Stakeholder? Das schreibt man Introduction and Goals. Und dann geht es weiter mit Constraints. Constraints kann man aufs Deutsch übersetzen mit Randbedingungen. Und diese Randbedingungen sind ganz wichtig, die aufzuschreiben, weil, wie ich so schön gesagt habe, wenn man über den Rand drüber fällt, dann scheitert das System. Das heißt, wenn eine Randbedingung ist, man muss zum Beispiel in AWS laufen, dann kann ich nicht für Azure zum Beispiel architekturieren. Wird halt nicht funktionieren, ist eine Randbedingung, dann fällt man eben runter. Dann geht es weiter mit Context und Scope. Wer noch nie ein Kontextdiagramm von seinem System gebaut hat, das ist so, man setzt in die Mitte sein System und guckt mal, mit wem sprechen die alle. Mit wem spricht denn dieses System alles? Und dann wird einem auffallen, oh, ich habe da Schnittstellen von, die habe ich nirgendwo dokumentiert. Also, coole Übung, wer das noch nicht hat, sehr wichtig, würde ich sagen, ist eines der wichtigsten Kapitel, um wirklich da den Überblick zu kriegen, wo habe ich überall Schnittstellen. Und dann geht es weiter mit Solution Strategy. Und dann, das ist wirklich so, was ist denn unser, wie gehen wir überhaupt an die Lösung ran? Das ist die Solution Strategy. Und dann kommen die ganzen Views. Wer Software Architecture and Practice mal gelesen hat, da kommen diese Views auch vor. Die finde ich auch ziemlich sinnvoll. Das heißt, wir haben hier aus dem Scope und dem Kontext, kommen wir in den fachlichen und in den technischen Kontext. Und da schneiden wir eben die Building Blocks raus. Und wenn man jetzt Domain Driven Design zum Beispiel machen würde, dann fallen da wirklich die einzelnen Systembausteine aus der fachlichen und der technischen Anforderung. Die fallen da raus. Und dann geht man immer tiefer rein und guckt sich eben an, wie verhält sich das System noch zur Laufzeit. Und ich finde es ziemlich cool, weil dieses Template in allen möglichen Formaten vorliegt. LaTeX, AsciiDoc, Word gibt es eins oder für Confluence gibt es auch ein Template. Und es ist nicht so, dass man einfach nur diese Kapitel hat, sondern da stehen auch immer Beispiele dabei. Das heißt, wer das noch nie benutzt hat, einfach mal ausprobieren, sich das mal angucken. Es gibt auch gute Bücher drüber, über ARC42. Da kriegt man eigentlich recht schnell so ein Gefühl dafür, was muss ich denn da reinschreiben. Für mich persönlich sind die Kapitel 8 und 9 sehr interessant. Eben A, Konzepte. Also als DevOps Engineer würde ich sagen, okay, da kommt dann sowas wie Monitoring rein. Oder irgendwelche anderen querschnittlichen Konzepte, die eben nirgendwo Platz haben. Und mein persönlicher Favorit sind die Architecture Decisions. Eben aus den Qualitätsanforderungen kann ich ja Qualitätsentscheidungen, Architekturentscheidungen ableiten. Und die kommen in Kapitel 9. Und das ist so das, was gut dokumentiert sein muss. Was wir auch noch pflegen, und das ist ganz wichtig, weil wir wirklich als Team da technische Schulden und Risiko managen müssen, das ist Kapitel 11. Und warum man ein Glossar braucht, das kommt dann ein paar Folien später. Aber zuerst gucken wir uns mal an, warum ARK 42 eigentlich so super gut geeignet ist für DevOps Teams. Und nicht nur für klassische Architekturdokumentationen, wo es halt wirklich einen Software-Aritekten gibt. Also ich glaube, ARK 42 eignet sich deswegen besonders gut für DevOps Teams, weil eben die Struktur immer gleich ist. Das ist jetzt wieder eigentlich für den übergreifenden Architekten, aber ich finde das wirklich erfrischend. Und ich könnte jetzt in ein anderes Team gehen und wenn die auch ARK 42 benutzen, dann schaue ich mir das an und finde genau an den gleichen Stellen immer alles. Das ist für mich, für mich persönlich ist Struktur eigentlich das Wichtigste, was es an Dokumentationen gibt. Und ARK 42 gibt mir eine sinnvolle Struktur vor, also wirklich sinnvoll, wo ich sage, okay, da stehe ich dahinter. Und wenn die überall gleich ist, dann tue ich mich verdammt leicht, mich einzuarbeiten. Also gerade das Onboarding für neue Mitarbeiter wird dadurch sehr einfach. Dann, vorhin schon mal gleich leicht angeteasert, es ist leichtgewichtig. Das heißt, ich habe hier kein Template, was ich stur von oben nach unten ausfülle. Das heißt, wenn ich gerade keine Randbedingungen finde und ich weiß sie nicht, dann muss ich die nicht ausfüllen. Und wir machen das wirklich knallhart so. Wir gehen her und sagen, was brauchen wir eigentlich für Architekturdokumentation, um richtig arbeiten zu können. Was brauchen wir? Und wir haben festgestellt, eine Laufzeitsicht brauchen wir eigentlich nicht. Wir wissen, wie sich unser System verhält. Und genau deswegen haben wir keine Laufzeitsicht angelegt. Wenn wir sie brauchen, das heißt, wenn wirklich mal ein neuer Kollege kommt und der versteht es nicht, dann würden wir die Laufzeitsicht anfertigen. Aber auf keinen Fall würden wir uns mehr Arbeit machen, als notwendig ist, weil dafür haben wir eigentlich gar keine Zeit. Und guter Hinweis, nicht nur auf ARK 42 gemünzt, sondern grundsätzliche Dokumentation. Wir schreiben in ARK 42 genau das rein, was wir eigentlich lesen wollen. Und der Hinweis, um es so zu dokumentieren, der kommt nicht von mir, der kommt von einem Mentor, den ich mal hatte, wie ich hier bei der DBS-Systeme angefangen habe, gemeint, ich dokumentiere nicht in meine Architekturdokumentation genau das rein, was ich später lesen will und nichts anderes. Und das ist ein super cooler Hinweis. Und jetzt gerade im DevOps-Umfeld, wenn man sich mal überlegt, okay, wir haben jetzt nicht nur technische Architekturdokumentation, sondern wir müssen das ganze Zeug auch betreiben. Und in den letzten paar Monaten habe ich ein Runbook geschrieben. Das ist ein Betriebsführungshandbuch. So ein richtig schöner deutscher, sperriger Begriff. Und es hört sich echt gruselig an, das anzufertigen. Aber ich habe gemerkt, nachdem ich das angefertigt habe oder jetzt fast fertiggestellt habe, da stehen viele Dinge drin, die wir implizit als DevOps-Team machen, aber nirgendwo dokumentiert sind. Das heißt, wenn mal irgendjemand was betriebsführen muss, und der ist noch nicht so lang bei uns, der hat da echt Probleme. Und das Schöne ist, ich kann jetzt Teile aus der Architekturdokumentation hernehmen und kann die in mein Betriebsführungshandbuch reinnehmen. Also das ergänzt sich so. Also das finde ich ein schönes Zusammenspiel. Und deswegen ist Arch 42 im Zusammenspiel mit so einem Betriebsführungshandbuch eine coole Sache für DevOps-Teams. Jetzt die Plakatfolie, die Tapezierfolie. Ja, was haben wir festgestellt, was wir in unserem DevOps-Team wirklich gebrauchen können von Arch 42? Und das ist eigentlich so fast alles, wenn man das so sieht, außer die eingeklammerten Dinger. Das heißt, unser System ist relativ einfach. Das ist eine Kaufsoftware, ein CMS, gehostet in der AWS und eine API davor auf einer anderen Plattform. Das heißt, wir haben uns lange überlegt, brauchen wir Building-Block-View? Und wir haben dann gemerkt, okay, so Building-Blocks sind eigentlich eine coole Sache und deswegen ist hier ausgeklammert. Könnt ihr dann Fragezeichen daran machen. Inzwischen haben wir die Building-Blocks und ich würde auch sagen, ist eine gute Sache. Was wir nicht haben, ist eine Deployment-View, weil, naja, das steht bei uns im Code. Die können wir auch generieren. Ich weiß nicht, warum ich die unbedingt jetzt dokumentieren muss. Die hole ich mir aus AWS raus, wenn es sein muss. Und was ich vorhin schon gesagt habe, eine Runtime-View brauchen wir eigentlich auch nicht. Wissen wir, wie unser System funktioniert, wie die Requests da durchlaufen. Das haben wir alles gebaut, steht alles im Code. Ne, das brauche ich eigentlich wirklich nicht. Und dann fertig das gar nicht an. Der Rest ist ziemlich wichtig und ich werde jetzt auf ein paar Sachen eingeben, wo wir wirklich sagen, okay, das ist jetzt überraschend, dass man das wirklich gebrauchen kann im DevOps-Team. Und das Erste, woran ich eingehe, ist das letzte Kapitel, das Glossar. Und ich saß in meinem Termin, das ist jetzt wirklich eine Anekdote und da war mein Product-Owner, der hat jetzt mit dem Kunden gesprochen und ich war als Techniker eben dabei. Und hat mir das so angehört und unser Product-Owner hat immer von Content-Assets gesprochen. Mal kurz zu erklären, was ein Content-Asset ist. Also wir haben sogenannte Content-Types in unserem CMS. Das ist praktisch das Datenmodell und dann eine Ausprägung davon. Also wirklich, wenn man sagt, ich habe jetzt einen Content-Type, das ist ein Blog-Artikel, dann gibt es einen Blog-Artikel-Asset. So kann man sich das vorstellen. Und unser Kunde hat ja auch schon was von Content-Types und Content-Assets. Und dann gibt es ja noch die technische Version des Content-Assets. Wo wir dann wirklich, wir als Techniker sprechen, dann von Content-Lads davon. Und er hat anscheinend immer nur Content-Types verstanden. Das ging irgendwie so 20 Minuten hin und her. Bis dann mal irgendwann rauskam, okay, sie sprechen von zwei unterschiedlichen Dingen. Und es hat zur Verwirrung geführt. Und genauso, das haben wir festgestellt in unserem Team. Das ist wirklich so, wenn man kein Glossar hat und hat bestimmte Fachbegriffe, die alle unterschiedlich verwenden, das ist eine blöde Sache. Also im Grunde genommen kann ich nur raten, gehen wir als erstes hin für euer Projekt. Und definiert mal im Glossar, was ihr denn für Terme verwendet und wie ihr die benutzt. Das hilft viel Verwirrung vorzubeugen und einen konsistenten Wortschatz zu erzeugen. Also kann ich nur raten, das ist eine coole Sache. So, jetzt nicht speziell auf ARK 42, aber so grundsätzlich, was ich auch viel sehe bei uns, ist auch woanders, ganz oft ist es so, okay, ich brauche Dokumentation. Oh, da kann man ja ein Wiki bestellen, das geht ganz schnell. Zack, wird ein Wiki bestellt und dann ist ein Wiki geboren. Gut, dann steht dieses Wiki da und alle so, cool, ein Wiki, ich kann ja da reinschreiben. Und dann wird da halt so reingeschrieben, wie jeder darf, wie jeder will, wie er gerade meint. Vielleicht gibt es ein paar Gardener, aber dann passiert zum Beispiel sowas. Und das ist bei uns auch passiert. Plötzlich hatten wir in unserer technischen Architekturdokumentation, wo wir zuerst das Wiki verwendet haben, hatten wir da Tutorials drin. Und noch schlimmer als Tutorials sind, sind Tutorials, die absolut kundenspezifisch sind. Das ist natürlich total doof. Wir hatten den Kunden aus dem Warnumfeld und alle Beispiele für unsere API waren auf diesen Kunden gemünzt. Das heißt, es war überhaupt nicht übertragbar. Um diese Beispiele wieder auszuführen und nachzustellen, hätte man das ganze Datenmodell wieder reproduzieren müssen auf dem Testsystem. Das heißt, die war hoch kundenspezifisch. Und ich kann immer nur raten, wenn ihr eine technische Architekturdokumentation habt, schreibt da nie Tutorials rein. Das ist eine ganz schlechte Idee. Die können irgendwo anders hin, aber nicht in die technische Architekturdokumentation. Und es passiert immer wieder, dass da Seiten kommen, wo im Tutorial auch Fachlichkeit drinsteht. Lass es einfach sein. Ganz schlechte Idee aus meiner Erfahrung. Jedes Wiki sieht so aus, dass da alles drin ist. Kann man einfach vergessen. Dann geht es weiter. Also jetzt sind nicht nur Tutorials drin, sondern so grundsätzlich, egal welches Wiki ich angucke, das ist immer ein Problemkind. Und ich habe da so vier Stränge entdeckt, wo ich sage, okay, das ist irgendwie so ein Muster, was ich entdeckt habe. Warum funktioniert denn ein Wiki eigentlich überhaupt gar nicht? Warum funktioniert das einfach nicht? Das ist total bescheuert. Und das Erste, was ich sage, okay, da schreibt jemand liebevoll was ins Wiki, eine Information, die er als wichtig erachtet. Und mein Lieblingsspruch dabei ist immer, ja, Wiki, das ist das nicht der Ort, wo die Information zum Sterben hingeht? Und meistens ist es so. Und warum ist denn das da eigentlich so, dass die Information da zum Sterben hingeht? Warum ist das so ein blödes Sprichwort? Und warum stimmt das auch noch? Ein großes Problem von Wikis ist, und das habe ich vorhin schon gesagt, da kann ja jeder reinschreiben, wie er will. Also es gibt da irgendwie null Qualitätssicherung. Und was dann oft passiert ist, ist, dass Entwickler mit wenig Dokumentationserfahrung hergehen oder die haben auch keinen Bock zu dokumentieren. Kommt ja oft vor. Nicht viele haben so viel Lust zu dokumentieren, wie ich das tue. Und dann wird einfach so, ich nehme jetzt meine ganze Gehirnmasse, mein ganzes Wissen, was ich gerade habe, und dumpfe es da einfach in das Wiki rein. Und dann entsteht sowas, was ich gerne Entwicklerprosa nenne. Und diese Entwicklerprosa enthält alles. Technische Architekturdokumentation, Architekturentscheidungen, Tutorials, Beispiele. Im besten Fall hat man noch eine Kommentarspalte, da stehen dann völlig veraltete Informationen drin, die sich schon gar nicht mehr auf die aktuelle Seite beziehen. Und das ist natürlich schwierig. Wer liest denn bitte eine Zwei-Seiten-Wiki-Seite, wo nichts strukturiert ist, einfach nur ein paar Absätze. Da findet man keine Informationen mehr. Das ist einfach tot an der Stelle. Und was ich auch oft bemerkt habe, und das ist gerade, wenn wirklich jeder reinschreiben kann, da werden oft fachliche und technische Themen vermischt. Also dieses Tutorial, was Beispiele von Kunden hatte, wirklich kundenspezifisch und nicht produktspezifisch bei uns, das passiert auch mit allen möglichen anderen. Also die technische Architekturdokumentation, da tauchen dann plötzlich die Kundennamen auf. Obwohl die mit unserem Produkt gar nichts zu tun haben, weil wir halt jetzt gerade im Moment für diesen Kunden etwas bauen. Aber das hat dann nichts verloren. Und dann hat man sich irgendwie vorgestellt, ich baue so ein cooles Wiki, so ein richtig cooles Wiki, so ein, ah, da finde ich meine ganze Information. Und im Grunde genommen tritt es nicht ein, was man sich erhofft hat. Dieses Wiki ist schwer zu bedienen, man findet nichts, wenn man Glück hat, noch was über die Volltextsuche. Aber das ist völlig nervig und alle denken sich nur, oh, ich muss jetzt im Wiki nachgucken. Da habe ich eigentlich gar keine Lust. Und da kann man sich jetzt auch wieder überlegen, okay, das sind ja diese Sachen, die da passieren, die ich auf der vorherigen Folge gezeigt habe. Was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass das passiert? Und gefühlt leidet so ein Wiki an genau zwei Problemen. Und zwar, es kann ja jeder reinschreiben. Das heißt, im besten Fall gibt es jemanden, der da immer wieder drüber guckt, aber der muss dann wirklich alle Änderungen reviewen, die da passieren und dann korrigieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das, wenn das keinem Prozess folgt, passiert, ist relativ gering. Das heißt, es gibt keine Qualitätssicherung von Informationen, die da reinkommen. Und das ist natürlich blöd. Und dann habe ich noch ein weiteres Problem, was jetzt gerade im DevOps-Umfeld besonders wichtig ist. Wie versioniert man denn bitte ein Wiki? Also ich will ja irgendwie, wenn ich jetzt ein Produkt baue im DevOps-Produktionsmodell und schieße dann Release raus, dann möchte ich eigentlich meine Dokumentation auch auf dieses Release festzuholen. Kennt man von ganz vielen Plattformen, wie zum Beispiel OpenShift ist ein Beispiel. Da kann man oben in der Dropbox auswählen, für was, welche Version ist denn diese Dokumentation? Ja, wie mache ich das denn? In Wiki? Keine Ahnung. Geht nicht mehr. Und dann ist halt eben so zu sagen, okay, ist jetzt das Wiki noch das richtige Tool, um mit dem DevOps-Team Dokumentation zu betreiben? Und ich glaube, das ist nicht. So, und wie mache ich jetzt meine ARC-42-Dokumentation, wenn das Wiki nicht das richtige ist? Es gibt einen schönen Ansatz für DevOps-Team, der nennt sich Everything as Code. Und da fällt auch irgendwie Dokumentation drunter, weil Dokumentation ist irgendwie Text. Und wir haben ja gesagt, okay, machen wir doch Docs as Code. Das heißt, wir behandeln Code ja so, schießen den irgendwo in ein Repository rein mit irgendeinem Versionskontrollsystem, in dem Fall ist das bei uns Git. Und warum machen wir das nicht für Dokumentation auch? Dokumentation ist auch nur Text. Da kriege ich automatisch die Versionierbarkeit. Coole Sache. Und dann mache ich das doch. Und wie man hier sieht auf dem Logo, das ist das ASCII-Dok-Logo, wir haben uns für ASCII-Dok entschieden, um Docs as Code zu machen. Warum? Komme ich ein bisschen später dazu. Die Frage ist jetzt, ja, aber warum genau sollten wir das jetzt Docs as Code machen? Und ich habe da festgestellt, Docs as Code ist deswegen ganz cool, weil ich ja als Entwickler habe ich eigentlich meine Tools zur Hand, die ich auch zum Entwickeln von allem anderen benutze. Also für Infrastruktur, Infrastructure as Code machen wir. Für normalen Code, für Skripte, für Pipelines. Alles ist irgendwie Text in der Versionskontrollsystem. Und warum soll die Dokumentation in einem Word sein? Das heißt, warum nehme ich nicht die gleichen Tools für Dokumentation wie für meine Entwicklung? Und das funktioniert voll gut. Und das Schöne ist, Docs as Code, da es reine Text ist, jeder kann seine bevorzugte Idee nehmen. Und ich gehe weg von VCVic, das heißt Word oder einem Wiki, wo eben ein Rich Text Editor drin ist, wo man eben sieht, okay, ich mache da irgendwelche Änderungen und ich gehe hin zu VCVim. Das heißt, ich schreibe hin, was ich meine und der Renderer, der rendert es schön raus. Kennt man auch bei Latex. Latex ist auch VCVim. Weil bei VCVic Editoren, da kommt sehr viel Frustration auf. Also gerade jedes Mal, wenn ich ein Word offen habe und breche zum Beispiel mein Heading um, dann kann es sein, dass die nächste Zeile wieder ein Heading ist. Und dann mache ich das rückgängig, mache es nochmal und dann ist es ein Standardtext. Und das ist völlig inkonsistent, also es verhält sich nicht irgendwie logisch für mich. Und es ist immer wieder nervig. Und genau das ist der Knackpunkt. Wenn es nervig ist, dann will ich es eigentlich nicht benutzen. Und so eine Textdatei, die kann inhärent eigentlich nicht wirklich nervig sein. Und wir haben festgestellt, das ist eine coole Sache, wenn ich das alles als Code mache. Und so, jetzt habe ich aber noch einen Kritikpunkt. Wie stellen wir denn jetzt eigentlich sicher, dass die Qualität von unserer Dokumentation hoch ist? Also das war ein großes Problem bei uns im Team. In dem Wiki hat es nicht funktioniert. Und wir haben dann eben gesagt, okay, wenn wir jetzt schon wirklich Dokumentation wie Code behandeln, dann bitte richtig. Das heißt, unser Main Branch ist einfach gesperrt von der Dokumentation. Und wenn jetzt da irgendjemand eine wichtige Sache rein dokumentieren will, also wirklich wichtig, zum Beispiel eine Architekturentscheidung, und wir wollen die im Team verteilen, dann mach doch bitte einen Feature Branch auf. Und erst wenn alle diesen Feature Branch angeguckt haben und gesagt haben, okay, mit dieser Architekturentscheidung können wir leben, dann wird sie auf Main gemerged. Und die Effekte sind also gravierend. Wir haben immer noch so ein bisschen, sagen wir, Müll oder veraltete Dokumentationen drin liegen, aber das hat sich praktisch um den Faktor 10 reduziert. Also der Müllfaktor in unserer Dokumentation ist gesunken ohne Ende und man findet auch noch was. Also die ist jetzt auch schlanker geworden. Höhere Qualität, das was drinsteht, kann man meistens auch gebrauchen. Und kann ich nur jedem empfehlen. Das ist eine richtig coole Sache. So. Vorher schon gesagt, wir haben AsciiDoc verwendet. Viele werden wahrscheinlich Markdown kennen. Vor allem Markdown mit seinen 100.000 verschiedenen Flavorn, die überall anders funktionieren. Also GitHub-Flavor ist anders als GitLab-Flavor, ist anders als Stack-Overflow-Flavor. Und genau das war ein großes Problem für uns. Und deswegen haben wir uns für AsciiDoc entschieden. Aber mal ein bisschen besser zu motivieren, warum haben wir uns denn genau dafür entschieden? Und zwar ist es so, dass wir gesehen haben, okay, AsciiDoc hat einen ziemlich reichhaltigen Standard. Das heißt, dieser Standard von AsciiDoc, und es gibt auch bloß einen, der ist eben so, dass man sagt, da kann ich alles abdecken. Da sind sogar Tabellen drin. Ein großes Manko von Markdown zum Beispiel, dass da keine Tabellen drin sind. Jeder macht die irgendwie so ein bisschen anders. Das heißt, der Standard ist ein großes Plus von AsciiDoc. Und da gibt es auch keine Flavors davon. Das heißt, ich habe eine Implementierung, und ich schreibe das einmal hin, und jeder Renderer, den es für AsciiDoc gibt, der macht das genau gleich. Das ist eine coole Sache. Dann, ein wirklich wichtiges Feature, was mir bei Markdown immer gefehlt hat, sind sogenannte Includes. Gehen wir nochmal zurück auf die vorherige Folie. Wir müssen jetzt ein Runbook schreiben. Und ein Runbook hat bei uns als Definition immer nochmal eine Aritektur-Beschreibung mit drin. Vor Docs as Code war das wirklich, okay, ich muss jetzt irgendwie nochmal die Aritektur-Dokumentation da reinkopieren in eine Pfeilablage. Das kann man sich jetzt sparen. Mit Includes kann man eben sagen, an dieser Stelle hätte ich gerne die technische Aritektur-Dokumentationsskizze, die ich da brauche, oder die Grafik, die ich da erstellt habe. Kein Problem. Include, diese AsciiDoc, schon ist sie da, als ob sie immer in dieser Datei gewesen wäre. Das heißt, ich kriege jetzt Modularisierung in meine Dokumentation rein. Was das genau heißt, das kommt auch nochmal auf der nächsten Folie, und das finde ich ganz wichtig. Und gerade bei ARC 42 ist es extrem wichtig, dass ich modularisiert habe. Das heißt, ich habe alle Kapitel in einzelnen Dateien. Dadurch sind sie auch leichter zu finden. Nicht mal ein monolithisches Word-Dokument, sondern wirklich alles schön aufgeteilt in Dateien. Ich finde die viel schneller dann. Und als natürlich im Konzernumfeld hat man natürlich das Problem, okay, ich muss ja doch vielleicht mal ein Doc rausgenerieren, oder ich muss mal ein PDF rausgenerieren, oder vielleicht sogar eine Präsentation. Ja, kein Problem. Mit den verschiedenen Konvertierungsmethoden kann ich aus AsciiDoc alles generieren. Ich kann dieses PDF zum Beispiel auch stylen. Das heißt, wenn das jetzt in unserem Bahn-Style sein muss, kein Problem. Mache ich einfach. Schreibe ich eine Style-Datei und dann kommt es da hinten raus. Das ist eine coole Sache. Aber was heißt das jetzt im Konzernumfeld Dokumentation? Dokumentation, wir haben halt viele Vorgaben, die wir erfüllen müssen, eben wegen diesen ISO-Normen, aber auch so, wir haben Architekturvorgaben, auch Dokumentationsvorgaben zum Beispiel müssen Architekturentscheidungen transparent gestaltet werden. Und jetzt gerade im Sinne vom Runbook haben wir festgestellt, okay, wir haben hier verschiedene Repositories. Unser Deployment ist relativ komplex über verschiedene Repositories. Und wenn ich das in ein Word-Dokument schreibe, entkoppel ich praktisch die Dokumentation von ihrem Ursprungsort. Es wäre also cool, wenn ich irgendwie zum Beispiel das Deployment, zum Beispiel von einem Docker-Container oder von der Infrastruktur, da beschreiben könnte, wo es im Repository liegt, nah bei dem Infrastruktur-Code und das dann an einer Stelle zusammenziehen kann. Und genau das kann ich mit ein bisschen Umweg über Git-Submodules oder Git-Subtrees kann ich machen. Und dann mache ich einfach ein Include. Das heißt, ich modularisiere jetzt wirklich komplett meine Dokumentation durch, ziehe die an einer Stelle in einem Über-Repo zusammen. Und dann nehme ich so Tools wie zum Beispiel DocToolchain von meinem geschätzten Kollegen, dem Ralf D. Müller und konvertiere das in alle Formate, die ich will. Wir zum Beispiel benutzen das nicht, um Word zu generieren, sondern wir generieren daraus eine Microsite, wo dann unsere technische Architektur liegt, wo noch ein paar andere Informationen liegen, wo auch das Runbook liegt. Und das ist alles schön. Das Runbook zieht sich aus verschiedenen Deployments zusammen. Die Architekturentscheidungen liegen im selben Repository und es ist alles modular aufgebaut und liegt da, wo es irgendwie Sinn macht. Und wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich bräuchte aber wieder eine Kundendokumentation mit dem und dem Inhalt, würde ich sagen, ja, kein Problem. Ich mache dir ein Repository und da ziehe ich alle Ad-Docs zusammen aus den Repositories und dann generiere ich dir einfach eine HTML-Seite oder ein PDF oder ein Word oder eine Präsentation. Völlig egal, können wir alles machen. Recht einfach, recht schnell. Ist eine coole Sache. So, ein bisschen angedeutet schon, aber ich habe so die Erfahrung gemacht im letzten Jahr. Also ARC42, diese technische Architekturdokumentation, die leichtgewichtig ist und ASCII-Doc, das ist so praktisch so eine Liebesgeschichte. Also es funktioniert bei uns mega gut. Ich kriege meine Kollegen auch inzwischen schon motiviert, so ein bisschen Architekturdokumentation zu schreiben und mir Grafiken zu liefern. Das ist eine coole Sache. Und das ist deswegen auch eine coole Sache, weil man eben keine Extra-Tools braucht. Wir haben alle unsere IDEs offen. Und dann haben wir es noch ganz schön. Wir können zum Beispiel die Architektur-Beschreibung, die müssen wir niemandem zuschicken per Mail, sondern wir hosten die einfach als Microsite bei uns in der AWS. Und jeder, der sie angucken will, kann sie angucken. Also auch Kunden, die praktisch kein technisches Verständnis haben. Wenn ich das zum Beispiel in Enterprise-Architekt machen würde, in einem speziellen Beschreibungsprogramm für Architekturen, dann habe ich das Problem, du brauchst dieses Programm, um diese Architektur zu lesen. Oder ich muss dir ein Word generieren oder irgendwie eine Art PDF oder so. Und hier haben wir einfach im Browser die Möglichkeit zu sagen, hey, kein Ding, schaust dir an. Und jeder hat einen Browser und jeder Browser kann so einfach das HTML darstellen. Das ist jetzt nicht wirklich fancy. Und es ist dann noch angereichert mit anderen Sachen, wie zum Beispiel News-Tutorials oder ein bisschen Sachen wie wir als Team arbeiten. Das ist sehr nützlich an der Stelle. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, ihr malst hier so die richtig coole Welt von Dokumentationen und ihr habt eine technische Dokumentation, eine Architekturdokumentation, die veraltet ja nie und wir glauben dir das nicht. Gute Idee, mir nichts zu glauben. Das stimmt nämlich auch. Wir haben auch das Problem, gerade heute wieder mit meinem Scrum Master drüber gesprochen, der wollte ein Team-Handbuch mal so ein bisschen reinbringen bei uns. Da hat er gemerkt, okay, für mich macht die Dokumentation so keinen Sinn. Dann haben wir mal drüber geguckt, die Dokumentation und festgestellt, ja, da ist irgendwie Tutorials, das sind Kunden-Tutorials, aber auch interne Tutorials, sind da vermischt. Die Seite können wir gar nicht mehr gebrauchen. Das heißt, auch wir haben das Problem, selbst durch die Merge-Requests und die Qualitätssicherung, die wir dadurch kriegen, dass da veraltete Dokumentation ist. Und wir haben festgestellt in unserem Team, es macht Sinn, sich irgendwie so eine Stunde oder zwei Stunden Block für Team-Time zu reservieren, wo man sagt, okay, wir gehen auch mal über die Dokumentation drüber. Können wir da irgendwas löschen? Können wir da irgendwas verbessern? Und da fallen irgendwelche Doings raus, die kommen dann bei uns ins Ticketsystem und dann wird das gemacht. Das heißt, auch wir haben, obwohl wir Versionskontrolle und Code-Review, Doc-Review machen an der Stelle, Probleme mit veralteten Dokumentationen. Aber die kriegen wir dadurch in den Griff, dass wir sagen, okay, wir sind auf Git, können einfach mal was löschen. Das ist uns total egal, wenn das erstmal weg ist, es ist ja ein Versionskontrollsystem und wir gehen da regelmäßig drüber. Also kann ich nur jedem raten, immer wieder dieses Guarding anzustoßen. So, ich möchte jetzt nochmal auf den Punkt eingehen. Da habe ich letztes Jahr auf der Bob schon was erzählt. Für mich ein ziemlich cooler Vortrag, den habe ich sehr gern gehalten, kann man sich gerne angucken. Und zwar Architekturentscheidungen. Und Architekturentscheidungen sind im ARK 42 Template im Kapitel 9. Das sind die Entscheidungen, die ich treffe, die meine, für mich, Architektur entscheidend prägen. Wo ich auch dann nicht mehr leicht rückgängig machen kann. Das ist so meine Definition, die ich besonders gern mag, muss ich sagen. Und wir haben als DevOps Team gemerkt, okay, neben diesen ganzen auch Building Block View und die ersten drei Kapitel von ARK 42 inklusive dem Glossar, sind Architekturentscheidungen so das, worauf wir uns extrem fokussieren. Das hat den Grund, weil wir im Team alle mitnehmen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Kollegen bei einer Entscheidung für irgendein Framework oder für irgendeinen Architekturumbau nicht mitnehmen, dann kann es gut sein, dass der das unbewusst sabotiert. Das ist tatsächlich auch schon vorgekommen. Also wir hatten mal einen Kollegen, wir haben die Dokumentation eben auf Docsis Code umgestellt und der war davon irgendwie nicht begeistert, hat aber keinen Einspruch erhoben. Und fünf Wochen später kam raus und hat sich dann beschwert, das ist ja völlig die Zeitverschwendung, was wir da eigentlich tun. Und genau das ist, was man nicht will im DevOps Umfeld. Also da muss man schon alle Kollegen mitnehmen, muss jetzt nicht wirklich die komplette, ja, wir machen das mit, aber wenigstens kein Veto. Und deswegen machen wir das wirklich so mit diesem Feature Branch und dem Merge Request, dass wir die Entscheidungen verteilen. Und diese Entscheidungen, wenn da einer nicht einverstanden ist, da muss wirklich ein Veto eingelegt werden. Und logischerweise dokumentieren wir die natürlich als Docsis Code. Das heißt, wir haben da Dateien für ADS und die kommen dann in den Newsblock in unsere Microsite. Und damit sind sie für alle öffentlich. Und wir werden auch gleich noch dem gerecht, dass unsere Organisation fordert, dass wir Architekturentscheidungen auch wirklich transparent machen. Das heißt, sie sind ja für jeden Einzelbasis öffentlich Einzelbar. Und damit kriegen wir wirklich dieses Problem eingefangen, unsere Architekturentscheidungen im Team zu verteilen. Und seitdem wir das wirklich konsequent machen, da bin ich vor allem dahinter zu sagen, okay, wir müssen das transparent machen. Dann haben wir eigentlich auch keinerlei Konflikte mehr gehabt mit irgendwelchen Entscheidungen, wo jemand nicht einverstanden war. So, ich habe jetzt viel über Docsis Code erzählt und warum das cool ist für ein DevOps-Team. Ich habe das so ein bisschen ins Licht gerückt, warum ein Wiki nicht funktioniert, aber warum Arc42 vor allem funktioniert in einem DevOps-Team im Zusammenspiel mit Docsis Code. Und das ist was, was jeder von euch mitnehmen kann und direkt mal ausprobieren kann, weil die Tools sind relativ einfach zu bedienen und ihr werdet da auf jeden Fall einen Benefit haben. Dann bleibt bloß noch die Frage zu stellen, welche zwei Fragen sind noch offen?